Hallo miteinander und herzlich willkommen. Ich mache hier jetzt mal ein Video, um zu zeigen, mit welcher Schnittsoftware den C2 zu spielen. Sprich, welche C2 nutzen, um meine Videos zu bearbeiten. Viele werden vielleicht ein wenig staunen. Es ist weder irgendetwas von Apple, noch von Adobe, noch sonst irgendetwas. Es ist einfach schlicht und einfach Wondershare, Filmora, nein. Das ist eine Videoschnittsoftware, die ziemlich einfach ist. Es ist ja immer so, bis man sich an einem Ort ein wenig daran gearbeitet hat und daran gelebt hat, braucht es eine Zeit. Aber die Filmora 9 ist relativ schnell zu begreifen, wenn man sich mal ein wenig Zeit nimmt, sich damit zu befassen. Ich bin da drauf gestossen, vor etwa zwei Jahren, als ich da so diverse Software habe, getestet und probiert. Dann bin ich auf das Wondershare Filmora gekommen und dann, da ich eher der Typ dazu bin, nicht gegen all das zu haben, was alle anderen haben, sondern etwas Eigenes zu haben, Ich habe das mal getestet, eine gute Gratisversion, allerdings mit dem Wasserzeichen. Es gibt auch eine App für auf das Smartphone oder auf das Tablet, die ich z.B. durch ein Auto nutze. Es ist nicht so verzweigt, also vernetzt, wie das von Adobe Premiere, aber es ist ziemlich ein gutes. Ich habe hier eine lebenslängliche Lizenz für ein Gerät erworben für 56 Franken. Und wenn ich eben nachher das ein wenig ausrechne, jetzt habe ich das seit zwei Jahren, das Wondershare Filmora 9, und habe dann 56 Franken bezahlt und von Adobe Premiere Pro, die monatlich 23 Franken kostet, also hätte ich das Programm schon ein paar Mal gekauft für das. Und vor allem hier habe ich es gekauft, also wenn ich einen neuen Computer kaufe, kann ich das einfach installieren, habe mich dort neu anmelden und dann läuft das wieder und genau mit allem, was ich dort drin gespeichert habe, mit allen Projekten und alles zusammen. Auch wenn ich jetzt auf einem anderen Computer arbeiten möchte, melde mich einfach dort an, melde mich hier ab, weil ich ja nur eine Gerätlizenz habe, dann kann ich genau mit dem gleichen hier wieder arbeiten. Also sprich, meine Öffner und meine Abschlüsse und so, die ich im Programmierer gespeichert habe, tut es mir auf dem Androger dumm auf, weil es auf der Software gespeichert ist und nicht auf dem PC. Also ich habe respektive immer auf dem PC so gespeichert und sogar noch auf den Festplatten, also ja, zwei externe Festplatten von 4TB. Die eine ist die Hauptspeicherplatten, wo ich eigentlich regelmässig meine fertigen Filme und das Rohmaterial darauf abspeichere. Und die andere ist auch 4TB Festplatten, wo ich im Gegensatz die andere Festplatten auf diese absichere. Weil die erste ist ein wenig die ältere und wenn da mal etwas wäre, kann ich es auf der anderen noch. Und so tue ich das immer weiterziehen, wenn die andere mal alt genug ist, kaufe ich da wieder eine neue, tue ich das vor anderen, also vor jetzigen Neueren, wieder auf die ganz Neue durch. Dass man einfach das Zeug ein wenig abgesichert hat. Ja und eben, wie gesagt, zeige ich euch mal ein wenig das Schnittprogramm. Ich gehe da nicht ins Detail legen, weil Wandershare hat übrigens zwei YouTube-Kanäle, einen deutschen und einen englischen. Und alles, was ich kann, habe ich eigentlich aus dem YouTube-Kanal von der Wandershare, also Filmora, die Wandershare ist die Hauptfirma und Filmora ist einfach das Filmprogramm. Und alles, was ich machen kann mit dem Schnittprogramm, habe ich eigentlich aus dem YouTube-Kanal herausgelehrt. Also bringt es gar nichts, nicht zu fest ins Detail hineingehen. Weil man kann einfach im YouTube eingeben woanders, äh so, nein eben, sorry. Im YouTube muss man einfach eingeben, Filmora9 und dann kommt der Kanal und dann kann man dort die einzelnen Videos über jeden Abschnitt anschauen. Es ist schlicht und einfach erklärt, also dass natürlich jeder Depp daraus gekommen ist. Also ich bin einmal daraus gekommen. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal ein wenig, dass ihr da mal ein wenig seht, wie das da so läuft, wenn ich da einen Film schneide oder bearbeite. Und eben, dass ihr selber seht, dass es eigentlich ein ganz einfaches Programm ist. Ja, viel Spass. Und ja, ich hoffe, ihr könnt etwas lernen und etwas mitnehmen. Und vielleicht sogar, dass ich dich auf einen guten Hinweis habe gebracht, dass ihr sagt, mal, die Software will ja mal testen, das könnte etwas sein für mich. Jetzt bin ich da in diesem Programm, das ist der Aufbau von Filmora9. Eben, man hat hier die diversen Sachen oben im Ecken links. Audio, Text, Übergänge, Effekte, Elemente, Split Screens und so. Hier habe ich jetzt natürlich meine Projekte drin, Ordner, Vorlagen, Beispielvideos, Beispielfarben etc. Hier habe ich jetzt schon mein fertiges Öffner-Video. Da kann ich jetzt hier zweimal draufklicken. Und dann kommt es in diesem Ecken so raus, wie ich das dann haben möchte. Wie ihr es so kennt. Ich kann jetzt hier auf Stop drücken. Und dann hier unten natürlich die Zeitliste. Mit dem Ganzen kann man auch zoomen. Eichen und rauszoomen. Wie man das gerne haben möchte. Von der Grösse her. Mit der linken Maustaste, mit der rechten kann man dann auch scrollen. Auf der Zeitliste hin und her. Ich kann aber auch direkt gehen. Und dann den Regler, den ich möchte. Respektiv, wenn ich hier drauf gehe mit der rechten Maustaste. Dann kann ich das hier ganz fein fühlen und schön platzieren, wo das ich das haben möchte. Das ist ja die Regel für die Schneide. Man sieht ja auch die Schere. Wenn ich nur mich fixiere mit der linken. Also rechts antippen. Dann kann ich mit dem fahren gehen. Dort, wo ich es will, kann ich mit der rechten. Und er macht so Schnitte. Man hat es jetzt hier gesehen. Ich habe es ein wenig vergrössert. Jetzt hat es hier schon die diversen Schnitte gemacht, die ich gegeben habe. Ich möchte aber nicht. Dann kann ich jetzt hier alles wieder rückgängig machen. So. Jetzt ist das alles eigentlich wieder im Originalzustand. Wie so soll es sein. Und dann habe ich hier eben meinen Öffner mit dem Text drin. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf ein Text durchgehen. Und die Sequenz, die ich auch bearbeite, anklicken. Oder möchte ich das bearbeiten. Dann kann ich das hier ganz einfach bearbeiten. Die Farbe, alles kann man einstellen. Eben es ist ziemlich einfacher Aufbau. Und mit Shortcuts und so kann man tiptop werken natürlich. Also Shortcuts sind ja Tastaturkürzel. die man nutzen kann, um schnell zu springen. Ja. Und dann kann ich hier auf Import gehen. Dann kann ich hier irgendetwas, weisst du nicht, von mir importieren. Dann nehmen wir hier das Video. Öffnen. Dann importiert es das. Jetzt ist das hier. Jetzt kann ich auf zwei Arten vorschneiden. Jetzt kann ich das natürlich zweimal anklicken. Ja. Jetzt sind wir hier schon einmal hinter. Ja. Und dann abspielen es hier. Und es ist unter der Zeitliste ja noch nicht. Und jetzt kann ich hier, auch wie mit der anderen auch. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier möchte ich einen Inpoint machen. Dann gehe ich einfach auf Tasten ein. Dann gibt es hier das In. Und dann hier habe ich den Outpoint. Und dann kann ich den auch anregeln. So. Und dann drücke ich den auch an. Für Out. Jetzt hat es mir das auch letzt gemacht. Irgendwie. So. Jetzt habe ich das Video hier schon vorgeschnitten. Theoretisch gesehen. Oder. Jetzt kann ich das hier nehmen. Und importieren. Und habe nur die Sequenz. Die ich hier vorhin habe angetippt. Hier unten drauf. Und nicht der ganze Film. Jetzt kann ich aber das auch wieder löschen. Das. Müsste ich jetzt entweder noch einmal ziehen oder auch löschen. Ich lösche es jetzt mal. Jetzt kann ich da noch einmal importieren. Dann kann ich den Film noch einmal reinnehmen. Jetzt habe ich ihn wieder in der Originalgrösse. Jetzt kann ich ihn entweder hier so anziehen. Hier platzieren wo ich will. Oder. Ich kann jetzt hier auf das Plus. Und dann schliessend. Von hier wo der Regler vorhin war. Ich kann hier auch die Lautstärke verstellen. Oder. Ich gehe nachher mit Doppelklick da drauf. Das ist hier auf. Ich kann hier das Audio. Das Audio hier verstellen. Die Lautstärke und alles zusammen was ich brauche. Hier sind so diverse Sachen. Ich kann auch noch ein wenig das Video gewisse stabilisieren. Objektivkorrektur habe ich ja drauf. Wenn ich jetzt mit einer GoPro wähle. Das sind vorgewählte Programme. Hier sehen wir die GoPro 7 zum Beispiel. Wenn ich die jetzt brauche. Kann ich die anklicken. Und dann kann ich hier einstellen. Ich habe mit 1080 Medium weit aufgenommen. Dann korrigiert es das auch. Brauche ich aber nicht. Da das eine Aufnahme ist. Die ich mit dem Samsung Galaxy S20 habe gemacht. Was ich auch viel brauche. Ist eigentlich nur rein hier schnell. Eine automatische Verbesserung. Man sieht auch der Unterschied. Ein bisschen. Man kann es hier auch noch regeln. Wie viel das es verbessern soll. Auch eben. Mit die Ausschalten vom Filet. Also vom Häkli. Kann man dann auch wieder schauen. Ist es vorher ausgesehen. Und hier kann ich noch. Auf original zurücksetzen. Dann mache ich auf OK. Dann ist das schon gut. Ich kann natürlich jetzt hier drauf. Und dann auf Farben. Und dann kann ich hier natürlich. Die Farben selber alles regeln. Und nivellieren. Wie ich will. Die Helligkeit. Der Kontrast. Die Sättigung. Ich kann jetzt die Sättigung noch ganz hoch tun. Und dann eben auch hier. Kann man. Natürlich kann man. Ausschalten. Original schauen. Das nachbearbeitete. Schauen und so. Man kann so wieder alles. Auf null zurücksetzen. Kein Problem. Oder man kann natürlich auch. Mit der rechten Maustaste. Hier auf die Farbkorrektur. Tut sich hier das. Grosse. Feist drauf. Vorgehenden. Overlays. Also so. Überlegger. Wo man drauf tut. Oder. Dann sieht das. So aus. Oder so. Und ja. Kann man alles zurücksetzen. Oder. Man kann auch einstellen. Dann kann natürlich hier. Eine Hand vor Skala. Schauen. Dass alles übereinstimmt. Oder. Farbverbesserung. Kann ich jetzt automatisch. Kann ich ja nur draus nehmen. Von vorne. Und dann kann man hier. Das selber. Also noch. Machen. Man kann auch selber. Vorlagen. Abspeichern. Und so. Brauche ich aber. In der Regel nicht. Und ja. Das ist so das. Eben eigentlich. Ein simpel. Einfaches Programm. Wenn man sich ein wenig hat. Dreigearbeitet. Und so. Jetzt. Wenn ich eben. Eben. Ein Schnitt. Wollte. Kann ich da. Schauen. Oder ich kann es. Ziehen. Wie ich will. Sagen wir. Z.B. Hier. Ist ein wenig stiller. Seine Hand hier. Von den. Sequenzen. Die. Auf und runter gehen. Dort wo es hoch ist. Ist ja logischerweise. Etwas. Und dort wo es. Flach ist. Wird nichts geredet. Also mache ich jetzt hier mal. Mein Schnitt. Gehe hier drauf. Klicke. Dann habe ich hier Schnitt. Den Teil wollte ich nicht. Hier. Klicken ja. Gehe ich auf Delete. Jetzt ist etwas falsch gegangen. Nehmen wir es nochmal. So also. Hier. Wollte ich den Schnitt. Schnitt gemacht. Anklicken. Delete. Und dann ist die Szene. Die ich nicht will. Ich kann natürlich auch hier. Ein kleiner Ding. Aussen schneiden. Wo ich will. So. Jetzt will ich nur die Sequenz haben. Das andere. Die ich nicht brauche. Löschen. So. Jetzt habe ich nur die kleine Sequenz. Die ich brauche. Also. Wie ihr gesehen. Simpel. Einfach. Ich kann mehrere Sporen übereinander machen. Man kann da. Ich glaube. Bis 100 Sporen. Kann man machen. Ich glaube. 50 Sporen. Videospor. Und 50 Sporen. Audiospor. Videospor. Ist vor Grundspor. Hier. Gegenaufwärts. Und Tonspor. Ist vor Grundspor. Hier. Immer abwärts. Spor. Spor 1. Spor 2. Spor 3. Und es gleich ist. Driver. Und mit dem Audio. Ich kann. Hier natürlich. Dann kann ich auch noch ein Vollbild machen, um anzuschauen, wo ich dran bin, mit Escape einfach wieder retour. Ich kann auch hier zum Beispiel die Regelung machen, mit dem Zoom, hier kann ich es wieder zurücksetzen, auf die Originalgrösse, das ist mir jetzt aber zu gross, dann nehme ich es ein wenig retour. Ja, ich kann hier jetzt so hier rüber gehen, dann haben wir hier so kleine Fächer, hier kann ich zum Beispiel zuschneiden, ich kann jetzt ein Clip-Ding zuschneiden, hier kann ich Fockei, so sieht das nachher aus im geschnittenen Zustand, da sieht man einfach nur das, was ich habe zugeschnitten, ich kann es aber auch wieder rückgängig machen, so. Ich gehe nochmal drauf, jetzt kann ich hier aber auch schwenken und zoomen, und jetzt ist hier wo es grün ist, ist Anfang, und hier wo es rot ist, also orange ist Ende. Jetzt der Anfang möchte ich so lassen, jetzt gehe ich auf Ende, und dann kann ich hier hin, woher er mir zoomen soll, jetzt sage ich, jetzt soll ich hier auf Stefan und Joscha zoomen, dann schaue ich das mal an, und dann schaue ich das Ausgesicht, und dann zoomen, selber zu suchen. Also ja, jetzt hat man es natürlich nicht so super gut gesehen, weil die Kamera jetzt noch geschwenkt hat, aber im Prinzip kann man dann her zoomen, wo man will, hier kann man noch andere Einstellungen machen, also von wo nach wo das es zoomen soll, jetzt tut es von rechts nach links zoomen, oder jetzt tut es von links nach rechts, oder von aussen gegen innen, oder von innen gegen aus zoomen. Dann kann man also diverse Sachen einstellen und machen, und das ist natürlich halt auch eine super geniale Sache, die ich viel auch nutze. Und sonst ist es eigentlich, wie es halt mit diesen Programmen ist, man hat da diverse Übergänge, die man nutzen kann. Dann kann man hier schauen, wie das aussieht, dann kann man schauen, sieht das so aus, dann kann man viele Übergänge machen und schauen. Effekte habe ich auch, finde ich ein wenig viel drin. Jetzt möchte ich aber nicht das, jetzt möchte ich aber den Effekt dort schauen. Aha, das ist eine automatische Verbesserung, den Effekt nutze ich auch noch viel. Das zieht man jetzt so an. So, jetzt verbessert das Video automatisch. Jetzt ist die Verbesserung drauf, jetzt sieht man sie im Bild schon. So, jetzt kann ich aber hier auch drauf. So, jetzt kann ich hier oben auf die Zähne ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten. Jetzt sieht man den Unterschied und kann das schauen. Das ist etwas, das ich auch noch viel nutze. Und sonst hat man natürlich bei Effekten auch viele andere Effekte. Da kann man schnell schauen, wie es nachher aussieht. Schwarz-weisse Effekte zum Beispiel oder so verschwommenen Effekte. Aber wie ihr seht, eine riesen Auswahl von Sachen, die man hier alles machen kann. Und ja, Elemente hat man zum Beispiel auch. Das ist so etwas, das man hier auch nutzen kann. Was ich natürlich auch noch viel brauche. Etwas, was ihr zum Beispiel aus meinen Filmen kennt, von Effekten, den ich etwa nutze, ist... Wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Das muss ich jetzt selber studieren, wo das Zeug ist. Zum Beispiel den hier habt ihr sicher auch schon gesehen in meinen Filmen. Das ist natürlich jetzt nicht lustig, weil es schwarz in schwarz ist. Nicht ganz so schlau. Aber das sind so Sachen, die ich selber etwa nutze. Aber jetzt mit dem Blitz zum Beispiel. Also das wäre ja das, aber einfach so. Das. Das habt ihr sicher auch schon gesehen. Dass ich das schon genutzt. Jetzt zeige ich es nochmal. Das brauche ich etwa noch viel. Und eben, da gibt es x verschiedene, die man da nehmen kann, die man brauchen kann. Und für danach etwas zu zeigen, ist danach auch noch gar nicht so schlecht. Da gibt es viele so verspielte Sachen. Textübergänge zum Beispiel. Jetzt so abnormal viel kann man da zum Beispiel gehen, wie es aussieht. Und dann kann man das da auch einsetzen. Wenn es zum Beispiel einen neuen Text gibt, kann ich den auch hier drauf tun. So, der Text steht jetzt da. Jetzt kann ich mal schauen, wie es aussieht. Dann kann man da natürlich auf Bearbeitung gehen. Man kann auf erweiterte Bearbeitung gehen. Und dann kommt man natürlich da ganz extrem in das Teufste rein. Und dann kann man natürlich da so drauf. Man kann das auch noch alles verschieben, wo man es will. Man hat hier die Hilfslinie, dass es schön zentriert ist. Und dann kann man da natürlich schreiben. Und dann kann man da schön vom einen zum anderen weitergehen. Man kann auch die Farbe und alles ändern. Also mega viel. Eben, wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht tief ins Detail. Vielleicht jetzt eigentlich das jetzt nochmal so klein, wie das so aussieht, wenn ich das mache. Und wenn ihr mehr wollt wissen über dieses Programm und so. Eben YouTube-Kanal Filmora9. Und dann kommen natürlich die Videos, wo das genau nachher noch erläutert und erklärt wird. Wie das das genau alles funktioniert. Dass ich jetzt da nicht ein stundenlanges Video machen muss. Weil das geht jetzt endlos rein, bis ich alles gezeigt und erklärt habe. Aber nur so zum zeigen. Das ist eine einfache, aufgeräumte, saubere Oberfläche. Das gefällt mir, das passt mir. Eben, wie gesagt, hier ist die erste Tonspur, also für Musik. Und von Tonspuren abwärts geht es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Und hier sind die Videospuren. Von da aus geht es dann aufwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und eben bis zu 100 Spuren. Also 50 Videos, 50 Tonspuren könnte man machen. Und ja, also es geht fast ins Unendliche rein. Für mich ist es einfach perfekt, weil es aufgeräumt, kompakt ist. Hier hat man die Spur. Hier hat man das Vorschaufenster. Hier hat man die Sequenzen, die man reinzieht. Hier hat man die ausgewählten Sachen, die man haben möchte. Eben an Projekte und so. Oben durch die diversen Übergänge, Text, Audio und solche Dinge. Also Musik kann ich auch noch schnell zeigen. Da ist ja schon Schwett in viel drin. Das ist alles Musik, die ich zur Verfügung habe, für etwas zu machen. Also es ist sehr aufgeräumt, sehr einfach, sehr kompakt. Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschlossen für das Wandershare Film Mora zu nutzen. Ja, ihr seht, es ist eine gute, einfache Benutzeroberfläche. Es ist wirklich genial zu arbeiten. Ich liebe dieses Programm. Ich habe es von letztem Jahr noch etwas schlau gemacht. Ich mache es etwas über das Adobe Premiere Pro. Ist mir aber das Ding nicht wert, was das kostet. Wenn ich denke, dass ich hier bezahlt habe für eine lebenslängliche Lizenz. Und hier kann ich wirklich, sagen Sie, 70% von dem, was ich mit diesem Programm machen kann. Oder sogar 60% von dem, was ich mit diesem Programm machen könnte, nutze ich nicht. Also von 100% von dem, was ich mit ihm machen kann, nutze ich 60% knapp, was ich machen kann. Und bei einem Premiere Pro oder bei einem Final Cut oder bei einem anderen Programm. Das ist einfach wirklich für Profis oder Durchschnittsmensch, die ein Premiere Pro braucht. Das ist also, der nutzt nicht 20% von Schöpfungskraft von einem solchen Programm. Und darum, ja, weiss ich nicht, weshalb ich so viel Geld ausgeben soll und ein solches Programm habe. Wenn ich halt genau weiss, dass ich nicht alles nutze, dann lieber ein schlicht und einfaches Programm wie das hier. Resultat seht ihr auf meinem Kanal, wie das nachher rauskommt, dass man alles machen kann. Auch mit Karten, Grafiken und Animationen und alles. Es ist alles mit dem Programm gemacht. Und darum, was willst du noch mehr? Mir reicht das. Und ich bin eigentlich zufrieden. Ich dachte, ich werde das jetzt einfach mal zeigen, dass es dir selber so sieht, wie das aussieht. Wenn ich da mal so einen Film-Tour-Zweck knipseln und das einfach mal zeigen. Ich hoffe, dass ich euch da etwas Schlaues zeigen konnte. Eben wie gesagt, die machen da nicht stundenlangs Video. Im YouTube sind schwettene Video über das Filmora 9. Geht doch mal sonst schauen. Und wenn man natürlich genial wieder plötzlich an einer Rückmeldung geben, dass ihr nicht so mit dem Foto beginnt. Dann würde ich mich nicht mehr so einsam fühlen. Nein. Dumme Zeug. Ja. Ich hoffe, ihr hättet euch etwas zeigen können. Ich hoffe, es macht euch Spass. Und hat euch Spass gemacht. Ich wünsche euch gute Gesundheit. Bleibt gesund des Weges. Und bis das nächste Mal, wenn es vielleicht eben wirklich wieder Outdoor ist. Bis das andere Mal. Tschüss miteinander. Ich wünsche euch diesmal. Ich hoffe, dass du erst mal siehst,